Vorletzter Teilnehmer im Finale ist Lubomir Geraskov aus Bulgarien, vor Note 9,8 00. Doppelfalter gestreckt. Natürlich gleichen sich die Übungen in ihren wichtigsten Teilen, in den gymnastischen Teilen, zum Teil auch in den Sprungverbindungen. So arg viele Möglichkeiten gibt es eben nicht. Nicht dabei ist übrigens hier in Rotterdam der Titelverteidiger am Boden, der Chinese Tongfei, der seine Laufbahn beendet hat. Doppelsalto zum Abschluss mit einem kleinen Haltungsfehler. Lubomir Geraskov aus Bulgarien, dessen erste Sprungbahn, die hier noch einmal sehen, den Doppelsalto gestreckt. 9,850 für Geraskov, das bringt ihn zusammen mit seiner Vornote auf Platz 3. bubble Powder mä ico